Der Verein Dein Nachbar baut mit seinen Pflegefachkräften und vielen geschulten ehrenamtlichen Helfern ein soziales Unterstützungsnetzwerk auf, das innerhalb von 24 Stunden hilfebedürftigen Senioren und pflegenden Angehörigen die Unterstützung geben soll, die sie gerade benötigen. Dazu hat der Verein seine Prozesse logistisch optimiert und die aufwendige Helfergewinnung und Koordinierung digitalisiert. Die Corona-Epidemie hat gezeigt, wie wichtig und notwendig ein funktionierendes Unterstützungsnetzwerk ist. Der Verein Dein Nachbar hat dies bereits unter Beweis gestellt und zwar so überzeugend, dass die Philipp-Morris-GmbH die Initiative zur Betreuung der Corona-Risikogruppe mit einer Spende mitfinanziert. Frau Buben, Philipp-Morris hat sich entschieden, die Initiative bzw. das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Was war der Grund dafür? Der Ausschlag war, dass wir als aktiver Teil der Gesellschaft immer schon Projekte im sozialen Bereich unterstützt haben und jetzt zu Corona-Zeiten intensiv Menschen in Not helfen wollten. Wir haben insgesamt 1,6 Millionen in München, in Berlin, aber auch in Dresden vergeben. Dort sind unsere Unternehmensstandorte und da lag es nahe, dass wir in München auch Projekte unterstützen, die Menschen helfen, die sozial, körperlich benachteiligt sind oder eben in der Krise besondere Hilfe benötigen. Und da lag es auf der Hand, dass wir Dein Nachbar e.V. unterstützt haben. Der Vorteil von Nachbar e.V. oder was uns sehr gut gefallen hat, ist die Digitalisierung für die Helferschulungen und dass es so rasch und so schnell passiert ist und auch ganz effizient und auch kostengünstig, gerade in der Krise der Nachbarschaftshilfe, wirklich Rechnung getragen wurde. Und vor allem, was uns noch sehr gut gefallen hat, war auch die Vernetzung der Helfer und die Koordination anderer Organisationen. Und da habe ich gelernt, dass das wirklich der Kern sozusagen von Dein Nachbar e.V. ist. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir unterstützen durften. Frau Buben, wie wichtig ist es, dass auch gerade Unternehmen ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen und auch Initiativen unterstützen und weiter voranbringen? Ein Unternehmen muss in erster Linie natürlich Verantwortung für sein Produkt übernehmen, auch für seine Mitarbeiter. Dann aber natürlich auch gesellschaftliche Verantwortung dort, wo es seinen Sitz hat, wo die Mitarbeiter leben und arbeiten. Und auch hier ist Dein Nachbar e.V. ein gutes Beispiel, wie wichtig und wie hilfreich und wie vorteilhaft es ist, wenn sich Unternehmen engagieren. Bei Dein Nachbar e.V. werden Angehörige, die ihre Angehörigen pflegen, entlastet. Damit hat es möglicherweise auch Vorteile für das Unternehmen, weil Fehlzeiten geringer werden, weil Mitarbeiter eben entlastet werden. Zum anderen aber auch macht das Unternehmen attraktiv für neue Mitarbeiter. Also am Ende oder beziehungsweise zusammengefasst, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass sich Unternehmen innerhalb der Gesellschaft engagieren. Herr Oeben, welches sind die Kernthemen Ihres Projektes und welche Vorteile gibt es für Kommunen und Organisationen, aber auch für hilfebedürftige Senioren und pflegende Angehörige? Unser Konzept basiert auf vier Säulen. Der Pflege, modernen Ehrenamt, Logistik und der Digitalisierung. Unsere Pflegefachkräfte validieren vor Ort den Unterstützungsbedarf der hilfsbedürftigen Senioren und der pflegenden Angehörigen. Sie beraten die Angehörigen rund um das Thema Pflege, helfen bei der Organisation der Pflegesituation und schulen natürlich unsere ehrenamtlichen Helfer und leiten diese für ihre Einsätze an. Unsere ehrenamtlichen Helfer bekommen nur passgenaue Einsatzanfragen per App oder SMS digital offeriert und können diese digital bequem zu- oder absagen, wenn sie einmal keine Lust oder auch keine Zeit haben. Wir haben unsere internen Prozesse logistisch optimiert und digitalisiert, sodass wir innerhalb kürzester Zeit die Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen sicherstellen können. Mit unserem Konzept können Kommunen oder soziale Organisationen in kürzester Zeit die Versorgung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen sicherstellen. Ein großer Vorteil für die Organisationen ist, dass wir ihre Fachkräfte sehr stark entlasten, sodass diese mehr wertvolle Zeit mit den Helfern und pflegenden Angehörigen verbringen können. Stellen Sie sich vor, ich bin eine Fee und Sie haben einen Wunsch bei mir frei, den ich Ihnen gerne erfülle. Was wäre Ihr Wunsch? Ich wünsche mir viele Kooperationen mit sozialen Organisationen, sodass wir gemeinsam die soziale Versorgung in Deutschland sicherstellen können. Und zwar innerhalb von 24 Stunden qualitativ hochwertig, kostengünstig, flächendeckend und deutschlandweit. Herr Pilsinger, ist diese Initiative, das Projekt, ist das ein zukunftsweisendes Modell, das man auch in Bayern und sogar in Deutschland ausrollen kann? Und wie kann die Politik hier dabei unterstützen? Auch im Hinblick, dass wir ja von den 13.000 Pflegestellen, die zu besetzen sind, gerade mal 20 Prozent besetzt haben, wenn man den Zahlen glauben darf. Also ich finde es sehr innovativ und auch wirklich bemerkenswert. Und ich hoffe darauf, dass das jetzt auch der Startschuss ist für eine möglichst deutschlandweite Expansion. So etwas wächst natürlich immer erst Schritt für Schritt und es darf nicht überstürzt geschehen. Aber ich finde, eine gute Idee, die kann sich auch weiterentwickeln und auch ausbreiten. Und das sehe ich bei diesem Projekt auf alle Fälle gegeben.